Ich freue mich sehr, dass man jetzt auf dem Bahnhofplatz auch sitzen kann. Dass man nicht einfach nur drüber laufen muss, sondern auch mal verweilen und schauen, was da so alles läuft. Es ist ein Ort, ein Bahnhofplatz, wo immer etwas los ist, wo ganz unterschiedliche Leute unterwegs sind. Ich glaube, das ist ein cooler Ort, ein urbaner Ort, der für Bern wirklich auch eine Visitenkarte ist.